herzlich willkommen zurück zu donkey kong country wie wir spielen heute 27 weltbrecher waren sind zumindest starten wir damit wir werden natürlich auch die zweite welt hoffentlich komplett abschließen und mit der dritten auch schon anfang das wäre zumindest super super gut ja scheiße wellenbrecher wahnsinn ist übrigens ein relativ schwieriger level wir müssen uns immer hinter diesen säulen hier verstecken und zwar vor den wellen deswegen natürlich wellenbrecher wahnsinn hier müssen wir uns drucken aber wir sind tot ja weil die graben uns jetzt nach oben blicken lassen haben das ist halt so dumm und das hasse ich auch aber allgemein muss ich zwar sagen vom level prinzip her in relativ cooler level macht mir abgrundtief gar kein spaß zum spielen so hier können wir auch dieses teil benutzen welches für einige zeit da ist wenn man diesen roten schalter aktiviert da ist glaube ich nur bonus zeugs sondern brauchen wir also nicht aber ja an sich geht der level klar ist nur glaube ich auch das schwierigste aus ähm welt 2 ja doch definitiv ist aber auch gut so weil ich meine es ist der abschluss level dieser welt hier ist gleich mal das nächste puzzle teil und hier unten ist noch ein bonus die musik übrigens auch richtig gut einer meiner lieblings tracks aus returns passt einfach unglaublich gut zum level also liebe ich den level zwar an sich nicht gemein weil ich finde den halt zu dramatisch aber von der idee her feiere ich ihn schon auch zum speedrun beispielsweise echt scheiße ihr wisst gar nicht was das mir schon für speedruns zerstört hat dieses level seitdem speedrun ich auch kein einziges spiel mehr ist aber auch ärgerlich dass ja kurz vorm checkpoint ist klar ja ist halt ärgerlich aber was willst du machen hier ist eine münze tut tut also hier ist aber schon das vierte pulse teil also allzu lang ist das level meine ich eh nicht man guckt hier ist schon das n und es gibt noch mal ein diddy kong sehr sehr wertvoll wie ich finde so und hier müsste das letzte drinnen sein ne ja aber ja für die idee support ich das level schon erduckt sich nicht ok ich habe die vorher erledigt weil das ist halt mir sonst zu dumm hallo wand oder so danke diese brüchigen wände kann man logischerweise nur einmal benutzen ok achtung hier durch die fenster kann das natürlich trotzdem noch gespült werden das wasser das ist zum beispiel eine sache wo ich sagen muss ja das ist ganz cool gemacht eigentlich klar kann ein killen aber an sich ist der level jetzt auch nicht wirklich schlecht nur nicht so der den den ich mag einfach wegen meiner vergangenheit mit diesem scheiß level aber ist ok so wir schalten das zweite k level frei 2k trümmer tempel werde ich übrigens versuchen immer vor dem boss zu machen das k level außer ich weiß dass es vielleicht mal länger dauert als zum beispiel der boss so ihr seht schon hier skelette beziehungsweise dino skelettschädel und alles bricht mal wieder zusammen wie ich es liebe woher soll ich denn wissen ob hier irgendwo was ist das ist betrug aber ich meine am anfang gibt es ein didikon fast ne einfach hardcore shit des jahrtausends aber kommt man immer bis hierher bekommt man immer ein leben das ist ganz sozial wie ich finde hier ist endlich auch mal ein puzzle teile perfekt ist aber auch ungefähr weil du halt so viel rückschritt hast wenn du die puzzle teile holst das teilweise echt nicht so gut durchdacht alter wieso hat mich das so weggeschleudert super dann springen halt nicht auf den tiki also er ist zwar drauf gesprungen aber halt nicht so wie ich es wollte hier ist ein puzzleteil ist mir gar nicht aufgefallen einmal dumm gestorben bin ich nochmal einfach nur weil ich mich halt beeilen wollte und ich dann natürlich zerquetscht wurde ok das war natürlich mal wieder ein treffer alles klar kotzt mich das an einfach nur hier hoch das wollte ich da vorhin auch nur aber ich muss echt sagen ich hasse es wenn ich wegen secrets sterbe ich meine was kann ich da dafür ich will halt alles finden aber dann sterbe ich halt da dran das ist halt so scheiße ich meine so ohne die secrets sammeln da kann ich die level auch besser aber hm dann halt nicht ne was hast du gemacht donkey kong alleine dadurch dass ich halt den 200% modus geschafft habe würde ich schon sagen dass es ohne secrets teilweise echt einfacher ist ich meine da sammle ich ja die buchstaben nicht nochmal neu oder die puzzle teile das heißt ich kann mich wirklich voll und ganz auf das geschehen konzentrieren so wie jetzt aber warum sich donkey kong so komisch also warum der so komisch darüber geflogen ist habe ich auch nicht verstanden gut an sich wirklich machbare skala will für die zweite welt immer noch eine ok schwierigkeit aber ja die tode hätten nicht sein müssen aber ist schon okay so 2b kneifende korsaren das ist der bus dieser welt und glaubt mir wir haben ihn schon bereits gesehen im dritten level dieser welt es sind nämlich diese drei piraten übrigens man kann natürlich auch dieses intro skippen was ich aber sagen muss das sind die einfach das ist der einfachste bus des spiels ihr müsst einfach immer nur wieder drauf springen und sie umdrehen würde ich sogar fast sagen einfacher als gas glissauer gut glaubt mir wir werden schon noch schwere schwierigere bosse bekommen was ganz cool wäre ist wenn wir es vielleicht schaffen würden jeden boss zu first try ich weiß das ist wieder mal ein hoher anspruch aber komm in returns 3d haben wir auch fast jeden boss gefördert also warum nicht hier wo die steuerung sowieso besser ist meiner meinung nach klar man hat dort die knopfsteuerung also ohne bewegungssteuerung und so aber ja komm aber das ist trotzdem viel zu viel zu bekloppt die hitboxen in ich hab halt angst dass er seine scheiß scheren nach oben macht weil das können die auch weil die hitboxen in returns ja genau so returns 3d sind halt etwas hä unfairer würde ich mal sagen ich muss den einfach nur umschlagen achso ja gut aber der boss ist halt an sich echt lame ich meine was ist das das war's naja dieser tiki also diese drei tiki sie hinten steck hier hinter stecken haben nicht wirklich großartige arbeit geleistet der endboss wer auch immer es sein mag sollte enttäuscht sein übrigens stellen sie glaube ich immer musikinstrumente da und das war nicht so gut zumindest habe ich das gefühl wir haben sie glatte doch 22 mal wieder getroffen na 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 cool also auf in die dritte welt die ruinen 3 1 wackeliger wasserweg ich möchte starten dankeschön ruinen level und tempel level gab es nur ein einziges mal davor in der donkey kong country historie und das war in donkey kong country 1 da waren die eigentlich echt cool die hatten da wirklich gute ideen gehabt so was ich aber mal wirklich sagen möchte ist der übergang in den donkey kong country wie törns welten da ist wirklich gut gelungen klar man muss sagen in donkey kong country 1 hat man den die übergänge von level zu level teilweise wirklich noch etwas besser gemacht dass ich jetzt so schnell meine die verloren habe ist echt lächerlich so die kerzen können wir auspusten dann bekommen wir hier noch so ein teil auch mal wieder mit ein paar goodies und impulseteil so die tempelwelt birgt natürlich auch ein paar geheimnisse welche wir auch noch lüften werden so diesen ticke hier diesen feuer ticke im blau den müsst ihr einfach nur auspusten und dann könnt ihr drauf springen kann aber teilweise echt schwierig sein wie ich selbst finde genauso wie dieser bonus wenn man den falsch anfängt dann kann der echt frustrieren ja mist aber geht eigentlich klar sollte man gut hinbekommen habe ich mich zwar kurz konzentrieren müssen aber geht klar ja komm habe ich es nicht gerade eben auch ohne drauf geschafft also ohne erst nochmal abzuspringen so und jetzt kommen wir wirklich erst richtig in die tempelwelt rein so und die schreiseulen sollen mir erstmal egal sein so hier dürft ihr diese Liane noch nicht vorher ziehen sonst kommt ihr nicht mehr an das Puzzleteil ran ist ein bisschen fies wie ich finde aber hm kann man denke ich schon drauf kommen dass ich mich da jetzt schon wieder treffen lassen habe ist echt lächerlich ja komm also so langsam reicht es ich stelle mich heute echt schlecht an ok man hat aber mit donkey kong auch viel weniger möglichkeiten gut diesmal ein bisschen schlauer machen hier einfach komplett drüber fliegen das ist viel besser ich weiß nicht ich habe einfach dumm angefangen muss man ja einfach ehrlich sagen und ich mache auch dumm weiter teilweise ja perfekt also was ich heute los ist ich weiß es nicht früher dachte ich immer das wäre eine Art Achterbahn wegen dem Hintergrund auch aber ne ist halt keine Achterbahn ist vielleicht auch besser so würde mir jetzt nämlich nur Donkey Kong Country 2 Vibes geben und da waren die Achterbahnen teilweise echt asozial und ich kann es echt nicht verstehen wie ich mich jetzt hier schon wieder zweimal treffen lassen konnte weil glaubt mir das ist nicht so schwer wie ich mich angestellt habe Och, na ganz toll ich möchte gerne da hoch aber was ich sagen muss dieser Sprung in Donkey Kong Country Returns ist so viel schwieriger als in Tropical Freeze man muss das so viel besser teilen dass man wirklich diesen guten Sprung von dem Kopf auf den Gegner bekommt den kriege ich so schlechthin ich muss mich da erst noch dran gewöhnen dass ich den nicht so versuche wie in Tropical Freeze deswegen bin ich ja vorhin auch im K-Level gestorben weil ich ja nicht an Secret rankam aber gut ich finde ihn aber auch schwieriger hier diesen ähm Sprung finde ich zwar jetzt nicht unbedingt so gut dass der schwieriger ist weil das ist schon eine Sache die wirklich gut funktionieren soll und ja es ist halt schade wenn das dann unglaublich schwer ist hier im Hintergrund sehen wir übrigens was schönes nämlich ein Arcade Donkey Kong also ein Cranky Kong wenn man es so nimmt weil wir spielen ja hier Donkey Kong Junior eigentlich ja schlecht ja es ist ein ganz nettes Easter Egg das Schöne Schöne daran ist man sieht dieses Easter Egg dann nochmal in Donkey Kong Country Tropical Freeze ja müsste schnell konnte ich jetzt nicht reagieren allerdings mit einem Vio Gamepad das ist auch ganz cool weil er hält ja hier eine Vio Mode hoch 2 ich hoffe mal dass ich mich langsam in Donkey Kong Country Returns wieder einfinde 3 2 Knopf Knüppelei Musik im vorherigen Level war übrigens ganz gut war übrigens ganz nett und hier werden wir gleich eine Musik hören die uns bekannt vorkommen sollte welche auch wirklich gut ist wir hören gleich einen guten Remix habe ich ja jetzt schon verraten mit dem welche uns bekannt vorkommen sollte so hier das K das kann man eigentlich nicht wirklich versauen auf dem muss ich aber sagen funktioniert dieser Sprung dann doch wieder besser schon 3 Puzzleteile echt aber das verstehe ich in dem Spiel auch immer noch nicht warum diese Sprünge so abgrundtief scheiße sind wieso kann man denn diese Wandsprünge so schlecht machen also von der Wand abspringen ich weiß nicht das fühlt sich alles irgendwie nicht fertig also was heißt nicht fertig an nicht so wie ich es gewohnt bin hm ganz komisch so wir müssen jetzt hier ein Rätsel lösen und zwar das Rätsel der Swooper wir müssen hier diese ganzen Vögel töten am sinnvollsten ist das mit der Rolle und das ist tatsächlich auch finde ich gar nicht mal so einfach deswegen bin ich froh dass ich das wenigstens first try hinbekommen habe und mich nicht komplett dumm angestellt habe aber muss ich echt sagen ist bislang der schlechteste Part des LPs und schade eigentlich mag ich nämlich die ruinwelt echt gerne so und da unten die brüchige Wand markiert einen Bonus so ist das doch schön wir sehen den jetzt schon zum dritten Mal und ich darf mich umbringen so jetzt haben mich die Vögel so sehr auseinander genommen dass ich leider kein Diddy Kong mehr habe warte mal die V-Mode funktioniert wirklich nicht richtig das ist jetzt kein Spaß dann ist das wirklich oft die ganze Zeit gar nicht wirklich meine Schuld und auch scheinbar nicht die vom Spiel sondern die von der V-Mode ich drücke manchmal echt aber das ist mir jetzt gerade nochmal besonders aufgefallen vielleicht sind deswegen diese Kopfsprünge auch so für mich viel schwieriger als ich es in Erinnerungen auch hatte hm weiß ich nicht ich wechsle mal im nächsten Part V-Mode und dann sage ich es euch mal klar man kann jetzt auch denken Ausrede und so aber im nächsten Part wechsle ich das ist nämlich auch nicht die V-Mode mit der ich immer spiele die geht es übrigens gleich zum nächsten Bonus fühle ich zwar jetzt nicht so aber ist einfach so wenigstens gab es jetzt endlich mal einen Checkpoint ne das funktioniert nicht richtig ich schwöre das da ist irgendwas falsch ihr wisst ja ich spiele sonst immer mit der pinken also zumindest die die mich jetzt vielleicht schon länger verfolgen und die die schon mehrere V-LPs geschaut haben ich spiele immer mit der pinken V-Mode und jetzt habe ich halt die schwarze und da habe ich halt irgendwie gerade echte Probleme mit der Schale eigentlich weil ich muss sagen die schwarze finde ich vom Design her zwar echt klassisch aber echt cool übrigens die Musik ist natürlich auch Donkey Kong Country 1 geremixed das ist die Tempelmusik jetzt hört man es auch ja doch diese Stelle kennt man schon wenn man Donkey Kong Country 1 gespielt hat oder vielleicht fünfmal bei mir geguckt hat oder vielleicht auch siebenmal ist aber auch echt immer wieder ein guter Track muss ich einfach sagen ach komm aber das war schon lächerlich hier müsst ihr alle Gegner besiegen um weiter zu kommen dann erscheint hier so eine Platte und die könnt ihr rein stampfen jetzt kommt dieses dämliche Dreck Secret also nicht Secret Rätsel welches ich über alles hasse nein wieder komplett unten muss ich erklären warum ich das hasse ihr seht schon die Plattformen sind immer nur für eine kurze Zeit da und da muss man halt schnell reagieren ist aber auch an sich wieder eine coole Idee welche wirklich gut in die Tempelwelt passt ja aber woher soll ich denn das Problem ist halt ich muss darüber ok man kann das auch einfach so machen alter ach komm das wäre so schön gewesen ok cool ach ja ich bin ja jetzt hier gestorben ok im nächsten Part wächst ich dann mal dann entschuldigt diese Fails ich weiß nicht womit das jetzt zusammenhängt aber es scheint mir schon so deswegen konnte ich scheinbar auch immer die Level nicht weiterspielen obwohl ich 2 gedrückt habe hm naja so hier müssen wir jetzt immer perfekt timen ist an sich jetzt nicht so schwer naja im nächsten Part dann mit richtiger Remote wir machen aber jetzt noch Cranky Kongs Laden schnell ich meine nimmt er jetzt eh nicht mehr viel Zeit weg müssen wir das im nächsten Part nicht machen und können gleich weiter spielen was willst du hä ich bin ein vielbeschäftigter Affe ja 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 ist klar wenn du nicht weiter weißt trommle auf den Boden oder springe oder puste was auch immer ich bin sicher du kommst schon dahinter ok gut ich bedanke mich natürlich wieder für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Donkey Kong Country Returns wünsche euch noch einen schönen Tag hoffe euch im nächsten Part wieder begrüßen zu dürfen wenn ihr den nicht verpassen wollt gerne abonnieren habt noch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal tschüss bis dann ich verabschiede mich auch immer wieder auf den Boden bei der die Vielen Dank.